Oh, da sind wir zurück bei Star Wars Knights, äh, nicht Knights, äh, Star Wars The Old Republic, Mann, Mann, Mann. Ähm, wir müssen hier noch was in die Luft jagen. Oh, da sind wir hier. Ich muss sagen, die machen gut Damage hier, die Leute. Die machen gut Damage. Ähm, da hinten ist das Raumschiff, wo ich hin muss. Wir versuchen die jetzt einfach mal zu umgehen. Loll, hat das jetzt nicht gewertet. Mist, war zu langsam. Da war der Eick zu langsam. Haha, wie der gerannt ist. Was ein Dulli. Eliminiere Söldnertruppen. Äh, mach ich doch die ganze Zeit. Ja, mach ich doch nicht. 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 Was ist das? So wir müssen jetzt aber noch nach da oben zu dem und wir müssen noch fünf von den Söldnern eliminieren. Krieg mal hin. Ja, komm, versteck dich wieder, du Viking. Man, man, man. Man, man, man. Man, man, man. Oh, 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 es wird knapp. Ja, mach dich wieder unsichtbar, du Arsch. Ja, mach dich. Ja, mach dich wieder. Ja, mach dich wieder. Das war's. Das war's. Ernsthaft? Ähm... Da hin. Was ist das denn? Ach, Festungseinführung. Meine Güte. Ich laufe auf jeden Fall richtig... Ich will immer noch da hoch. Sag mal, irgendwie muss ich doch da hinkommen. Ah, scheiße. Mit uns legt sich besser niemand an. Das stimmt. Ich will nicht. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, war zu schnell. So, das haben wir auch erledigt. Ähm... Dahin erstes Mal. Ähm, ich muss da hin. Äh, ne... Was? Hä? Wo bin ich jetzt hier? Oh, Lull. Nö, da geh ich den noch mal runter. Melde dich bei Captain Eisen am Steigtor. Oh, meine Güte. Was? Ich will auch so ein Reitier haben. Ähm... Wo bin ich jetzt? Wo bin ich jetzt? Schon besser. Schon besser. Ja. 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 Oh, Lichtschwert? Ne, Sprachzylinder, Antenne. Oh, Lichtschwert, Antenne. Ah! Hä, komme ich denn hier jetzt überhaupt dahin, wo ich hin will? Ja. Gut. Nö, komme ich mir auch nie. Benötigen Sie medizinische Hilfe? Nö, ich will was verkaufen. Legen Sie wohl. Mh, nein. Bitte verwenden Sie sämtliche Produkte nur nach Anleitung. Legen Sie wohl. Halt die Klappe. Das ist toll, danke. Wie lautet der Bestimmungsort? Wenn ich das wüsste, wo muss ich denn hin? Eigentlich dort hin. Lassen Sie Ihren Aufenthalt. Oh, ich muss das wie eine Ruhige für Sie vom Nr. Ach, dass die Kräste Analysis vorst und das Wettbewerbs und die Kräste können. Wenn die Kräste kommen, dann lächst der Kräste aus. Ich nehme jetzt meine Kräste zu. Ich nehme jetzt nach Anleitung. Ich nehme die Kräste an. Ich nehme die Kräste. Ich nehme die Kräste. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Nicht nur mein Meister, sondern das Imperium wendet sich an mich Die fremde Atvosek-Hegemonie hat die Hammer-Station in Betrieb genommen Eine mobile Kampfstation, die unsere Grenzen bedroht Ihr werdet euch dem Angriffsteam anschließen, das sich beim Viken-Raum-Doc sammelt Dort erfolgt eine vollständige Einweisung im Namen des Imperators Es steht ganz oben auf meiner Liste Noch was? Ähm, da hinten ist noch was Ähm, Captain Saranova oder wie auch immer Bitte bleibt stehen und lasst die Waffen stecken Die Droiden scannen euch jetzt Warum? Alles in Ordnung Gratan verlangt Respekt und Autorität vom Rat der Sith Also hat er sich, wie bei den Sith üblich, gegen seine Meister gewandt, um seine Macht zu beweisen Jetzt plagen wir uns mit seinem Wahnsinn rum Wenn ihr also sowieso hier seid, um Gratan Probleme zu machen, könnt ihr uns genauso gut helfen Ich lebe, um dem Imperium zu dienen Es ist so, diesen Sektor sind fast 100 Männer zugeteilt Einige auf der Mauer, einige beobachten Gratan 20 sind verschwunden Meine Jungs, quasi meine Kinder Gratan hat sie mir genommen und ich will sie zurück Was genau ist meine Aufgabe? Ich weiß auch nicht, was Lord Gratan von ihnen will Vielleicht hält er sie als Geiseln, um uns zu demoralisieren Wer weiß das schon Wenn ihr ohnehin auf Gratans Grund müsst, holt sie da raus Sagt ihnen, sie sollen sich bei der Herzogin melden So, nennen sie mich Ich übernehme das Berichten zufolge hat Gratan Gefangene in einen anderen Flügel überführt Ich weiß nicht, ob es sich um meine Leute handelt, aber man sollte der Spur nachgehen Seid vorsichtig Gratan ist nicht zimperlich Den wärmer schon kaputt machen irgendwie Ähm Ich muss aber erst mal dort hin Das ist das hier Ich muss erst einmal die Runen bekommen Oh, schön Oh, schön Viele wissen ja, dass ich schon eine ältere Generation bin Und Ich hab noch mit 2D Pixel Games angefangen Und Ich muss sagen, der Wasserfall ist nicht perfekt Aber Geil Geil Die Atmosphäre Einfach nur Baba Ich hab schon oft was zum verkaufen, nö Die Atmosphäre 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 Das war's für heute. Oh mein Gott. Da haben wir die erste Rune. Ich würde dich gerne mal anklicken. Jetzt. Jetzt kann ich ihn anklicken. Na, hoch hier. Da ist es besser. Das war's. Ja, die sind nicht gerade ohne. Da liegt der Dulli. Äh, hältst du mich bitte mal fett? Äh, hältst du mich bitte mal. Ja, wir haben die Rune. Weg hier. Schon besser. Da haben wir die Rune. Zwei brauche ich noch. Scheiße, ich muss an dem vorbei, oder? Nö. Hä? Da unten liegt der nächste Dulli. Bist du mich verarschen, Mann? Ja! Ich bin! Ich bin! Ich bin! Oh, 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 oh. Die werden echt immer stärker, die Mobs. So, dann fänden wir noch eine Rune. Ja, so geht's auch. So, dann fänden wir noch eine Rune. So, dann fänden wir noch eine Rune. Lass mich in Ruhe. Ich will einfach nur die Rune haben. So, dann fänden wir noch eine Rune. Und ooh, schnell weg hier. Ja, das Meditieren machen wir in der nächsten Folge. Bis dann, bleibt gespannt. Genießt den Tag. Und bye, bye.